Untertitelung. BR 2018 Also insbesondere die Automobilindustrie, aber überhaupt der Standort Deutschland, ist verknüpft mit unseren europäischen Nachbarn. Nur wenn es denen gut geht, kaufen die unsere Produkte. Nur wenn wir einen gemeinsamen Markt haben, haben wir Wettbewerbsfairness in Europa. Und kein anderes Land profitiert von dem gemeinsamen Markt und von der gemeinsamen Europäischen Union so sehr wie Deutschland. Und das muss man, finde ich, gerade in diesem Jahr besonders betonen, weil doch viele unterwegs sind, die mit ganz schrägen Argumenten und Vorurteilen versuchen, die Europäische Union zu zerstören. Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.